Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Drittel von allem, was wir essen, gäbe es nicht ohne Bienen. Auch wer sich vegetarisch ernährt, ist von industrieller Tierhaltung abhängig. Wir sind Kapitalist, wir wollen growen. Total globale Domination. Das Volk ist verloren, Fred. Jetzt geht es den Bienen schlecht. Seit ein paar Jahren sterben sie. Nicht nur bei uns, sie sterben auf der ganzen Welt. Die Nachrichten sind voll davon, sprechen von einem Mysterium. Ich habe nicht Zeit, es persönlich zu nehmen. Ich weiß, dass diese Hive nicht sterben will. Ich muss einfach weitergehen. Einstein soll gesagt haben, wenn die Bienen aussterben, sterben vier Jahre später auch die Menschen aus. Verblüfft finde ich in China Regionen, wo es vor lauter Chemie keine Bienen mehr gibt. Wer bestäubt besser, Mensch oder Biene? Ich weiß, wer ist es. Untertitelung des ZDF, 2020